Ostereier suchen am Karsamstag des Jahres 2014 Die Marktgemeinde Ernstbrunn liegt inmitten des niederösterreichischen Weinviertels und hier veranstalten die Sozialdemokraten schon seit mehreren Jahren am Karsamstag nachmittags ein lustiges Ostereierspielen für Kinder Federführend dabei sind die Gemeinderäte Danetschek und Farthofer samt ihren Angehörigen Und so schauen auch wir vorbei in der Nistelbacher Straße 25 und beobachten Carmen und die anderen Kinder bei den lustigen Treiben wird eine gute Fondstattung des Jahres gibt die Menschen in der Nähe der Nähe der Familienvergruppe Eierlauch Eierlauch Oh, nicht richtig Eierlauch Eier DuIGHT Ah, duro Eier Sakura Musik Als Preise für die Sieger der Wettkämpfe Es gab natürlich keine Verlierer, wurden Wustereier verteilt. Das ist der Wettkämpfe, der Wettkämpfe und der Wettkämpfe. Das ist 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 der Wettkämpfe. Und Ziele haben sich vorgenommen, das ist der Wettkämpfe. 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 Das ist der Wettkämpfe.